Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Drogen. Immer wieder hört man Diskussionen, in denen es darum geht, dass die Kriminalisierung von Drogen wie Haschisch und Kokain ein Ende finden sollte. Ist es aber wirklich sinnvoll? Der Staat macht Gesetze, welche die Produktivität der Gesellschaft sicherstellt. Das ist in einem exportorientierten Industriestaat wie Deutschland absolut erforderlich. Wie zerbrechlich die Wirtschaft ist, hat die Corona-Krise mehr als deutlich gemacht. Die Auswirkungen der Arbeitsunfähigkeit durch Drogenkonsum wird durch diese Kriminalisierung entgegengewirkt. Auf der anderen Seite hingegen steht die Freiheit eines Einzelnen, für sich selber Entscheidungen treffen zu dürfen. Und genau hier ist der Grund, wieso Drogen dieser Art niemals legalisiert werden dürfen. Drogen, die man rauchend inhaliert, werden nicht nur von dem Konsumenten inhaliert, sondern diese Drogenkonsumenten zwingen ihre Mitmenschen, diese Drogen passiv mit aufzunehmen, gegen den eigenen Willen. Entsprechend müsste die Gesetzeslage sogar verschärft werden und das Rauchen von Tabak eingeschlossen werden. Solange es gesamtgesellschaftlich nicht wirtschaftlich zu einem Schaden kommt, halte ich es für unproblematisch, wenn jemand durch Kautabak oder durch Sneven solche Substanzen zu sich nimmt. Dabei muss aber sichergestellt sein, dass Personen unter 21 Jahren keinen Zugang zu diesen Stoffen bekommen. Der Konsum vor den Augen unter 21-Jähriger muss stark unter Strafe stehen. Der Besitz von Rauchsubstanzen muss nicht bestraft werden, aber der Konsum in der Öffentlichkeit oder in der Nähe von Personen unter 21 Jahren. Mindestabstand von mindestens 500 Meter oder in einem eigenen geschlossenen Raum. Drogen, die als Tabletten oder per Spritze konsumiert werden, können auch therapeutische Wirkung haben. Der Konsum kann durch einen Arzt verschrieben oder verordnet werden oder die Substanz durch einen Arzt verabreicht werden. Die Beschaffung und der Konsum ohne medizinische Notwendigkeit, dabei müssen Verbote bleiben. Nur der medizinisch kontrollierte Konsum darf legal sein. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.